Fiese fremdgemasche, ging Tristan Thompson öfter so vor? Ist er wirklich so abgezockt? Vor wenigen Wochen kam der fremdge-Skandal um Tristan Thompson ans Licht. Während seine schwangere Partnerin Chloe Kardashian, 33, zu Hause saß, vergnügte sich der NBA-Star mit verschiedenen Frauen. Zwar erfuhr die Unternehmerin erst kurz vor der Geburt ihrer Tochter von der Untreue des Basketballers doch ging schon deutlich länger fremd. Für seine Seitensprünge hat er anscheinend eine eigene Taktik entwickelt. Wie Osweglü von einem Insider erfahren haben will, gehe der 27-Jährige beim Kontaktieren seiner Techtelmechtel jedes Mal genauso vor, Tristan schreibt Frauenherr-Direkt-Nachricht auf Instagram an und trifft sich dann mit ihnen. Er mag exotische oder nicht-amerikanisch aussehende Frauen mit großen Hintern. Aber nicht nur im Netz soll sich der Profisportler sehr direkt geben. Wie eine weitere Quelle deutlich machte sie kritisierte Kontakt mit mehreren Models an dem Februar-Wochenende des All-Star-Spiels in Los Angeles, die Flirterei und seine Körpersprache waren definitiv unangemessen für jemanden, der in einer ernsthaften Beziehung lebt und ein Baby erwartet. Doch seine bisher unentdeckten Eskapaden haben nun Konsequenzen. Zwar durfte der Afroamerikaner bei der Entbindung von Töchterchen dabei sein, allerdings sieht es derzeit nicht danach aus, als würde aus den Dreien noch eine glückliche Familie werden, soll mit dem Vater ihres Kindes wohl nicht mehr reden. Untertitelung des ZDF, 2020